Mach jetzt, Frau Werth, das verleuert mir zu viel Zeit. Bravo, also gut. Den fairei Mann, also den kannst du jetzt beim besten Willen nicht mehr brauchen. Ja, wissen Sie, was der macht? Der sitzt die ganze Zeit in der Gastwirtschaft. Am stammte Schäste, die Übernuss, die Welt ist frei und wir sind gross. Und am Schluss weiss man eins, dass ich denn allen Männer weiss. Jetzt sind wir die Hand. Rosmarie Langenecker ist mein Name. Wichtig ist uns, dass die Schülerinnen können schaffen. Wir erwarten fleiss, fachliches Wissen und Können und menschliche Wärme. Der Spatenstich erfolgt dann am 21. März 1975. Ja und wo soll das kranke Heim jetzt hergebaut werden? Ja, gerade hier oben, neben den Ökonomiegebäuden. Also neben den Miststocken. Ja, geht's noch. Im Vorstand vom Hilfsverein Gnadental hat's jetzt sogar eine Freund. Es ist warum seine Freund sie zur Begleitenheit durch Raum und Zahl vom Gnadental. Ja. 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 Ja.